Herzlich willkommen im Seniorenheim Priesnitz-Tal, Glashütte. Wenn die Familie beisammensitzt, ist die Seele an ihrem Platz. Mit diesen Worten wünschen wir Ihnen frohe Feiertage und einen guten Start in das neue Jahr 2023. Genießen Sie die gemeinsame Zeit. Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit im letzten Jahr. Ihr Team des DRK Seniorenheims, Glashütte. Herzlich willkommen in der DRK Wohnstätte hier am Taubenberg in dem Oldeswalde. Die Bewohner und Mitarbeiter unseres Hauses wünschen Ihnen eine schöne Weihnachtszeit. Wir wünschen Ihnen für das neue Jahr 2023 alles Gute. Auch zwischen den Jahren sind wir rund um die Uhr für Sie und Ihre Sicherheit da. Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und alles Gute für 2023. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch für das Deutsche Rote Kreuz in dem Oldeswalde neigt sich das Jahr 2022 dem Ende entgegen. Besonders 2022 war für unsere Hauptamtlichen, aber auch für unsere ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen, Kameradinnen und Kameraden ein herausforderndes Jahr. Neben der noch anfänglichen Corona-Pandemie hatten wir auch tatkräftige Unterstützung im Waldbrandgebiet der Sächsischen Schweiz zu leisten. In diesem Sinne möchte ich mich vor allem bei unseren hauptamtlichen und ehrenamtlichen Kameradinnen und Kameraden herzlich für die Zusammenarbeit im Jahr 2022 bedanken. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wünschen wir ein besinnliches, friedliches und zufriedenes Weihnachtsfest. Bleiben Sie gesund und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2023.